Hallöchen! Willkommen wieder zurück zu alle 17. Burscher See. Hinten Klegi, hallo! Hallo! Gut, dass du auch einen Hänger kaufst, wo du keinen zweiten hinten anhängen kannst. Ja, habe ich gerne getan. Ah, ich denke, ich werde hier kritisiert. Hier? Ja, weil, von der logischer Weise, Dings her, ist das nicht so... Ah, und was ist das hier vorne? Ah, siehst du dann, wenn es arbeitet. Siehst du, wie es da arbeitet? Ja, 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 okay. Das ist, glaube ich, jetzt HPE 1. Richtig, richtig, richtig. Ja, dann befüllen wir noch HPE 3. HPE 3? Ja, HPE 3. Was soll die sein? Das ist hier, hier jetzt. Hier? Hier. Hier? Ach, hier? Das sind Euro-Paletten. Und HPE 6, das wäre dann hier hinten, das sind dann die Fässer. Die dann hier drüben rauskommen. Leere Fässer.